Das Departement Sartre im Nordwesten Frankreichs, aus der Sicht des Pariser französische Provinz, doch für den Motorsport ein Mecker. Dies ist die Heimat des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, ausgetragen zum 44. Mal auf der 13,6 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitspiste mit der charakteristischen motorenmordenden Geraden von Huenaudière. Das Team von Martini-Porsche ist eine Woche vor dem Rennen angereist. Nicht mit dem Ballon, versteht sich. Das wäre zu beschwerlich. Auf dem Stundenplan der Fahrer steht vorerst Entspannung. Das Tennis-Finale bestreiten Rolf Stommelen und Rennleiter Jahnke. Manfred Schurte glänzt eher als Balljung. Hier in der Garage in Telloché, dem traditionellen Porsche-Quartier in Le Mans, bereiten die Mechaniker die Rennwagen vor. Der Countdown für das Rennen beginnt am Freitag mit der Fahrerbesprechung. Jackie X, Gais van Lennep, Manfred Schurte, Jürgen Barth, Reinhold Joest, Rennleiter Jahnke, Renningenieur Singer und Rolf Stommelen besprechen die Rennstrategie. Von 9 Uhr bis 4.40 Uhr, so wie es hier steht, muss mit Licht gefahren werden. Ein Schnellkursus in Pannenselbsthilfe rundet die Instruktionen für die Fahrer ab. Auf jeden Fall durchfahren, so wie es geht. Die kann man ja nicht verstehen. Nein, du hast ein Mikrofon im Auto, du kannst sagen, wenn du reinrollst von der Schikane her, bleib sitzen oder wechseln. Wir sollen nicht so viel Strategie machen, sondern so schnell fahren, wie es das Auto mag. Dass es uns nicht wehtut. Ja, und das Kugel-5-Auto, Herr Singer-Wichtinger, sollte das fahren? Was glauben Sie, wo kommen wir? 55 bis 4 Minuten. Wir haften uns dann auch in der Gegend auf von dem Mirage. Samstagmittag auf der Zielgeraden. Die letzten zwei, drei Stunden vor dem Start zählen zu den Erregendsten in Lümmo. Vor bereits vollbesetzten Tribünen nehmen die Konkurrenten ihre Startpositionen ein. Der Porsche 935 von Stommen in Schurty. Der hoch eingeschätzte Alpine Renault. Der BMW Turbo. Der Porsche 936 von Joest Barth. Sogar amerikanische Stocker sind erstmals dabei. Jackie X möchte zum dritten Mal Le Mans-Sieger werden. Auf Porsche sind seine Chancen natürlich besser denn je. Noch drei Minuten bis zum Start. Und dann gehen sie in die mörderische Materialschlacht. Vorne weg der Martini-Porsche und der Renault. Dahinter das Feld der 53 anderen. 55 Autos insgesamt dürfen in Le Mans stärken. Die 엄마-Sieger werden die牢asz mit dem Graz. Zur Freude des französischen Publikums nimmt der Renault von Jabouille die Spitze. Dahinter Jacqui X und Reinhold Just. Doch die Freude währt nicht lange. Nach knapp 20 Rennminuten übernimmt Jacqui X das Kommando. Wird er die Spitze während der nächsten 24 Stunden halten können? Sengende Hitze macht Fahrern und Wagen zu schaffen. Die Außentemperatur liegt über 35 Grad. Im Wagen sind es über 50. Schon früh ermüden die Amerikaner. Der erste Stockcar muss aufgeben. Und die bullige Corvette raucht bedenklich. 336 kmh Spitze läuft der Porsche 935 auf der Geraden. Rauch kündigt auch für den Turbo BMW das nahe Ende. Er hielt eineinhalb Stunden. In Le Mans heißt die Devise schnell und dennoch schonend fahren. Solche Schlenker tun dem Auto unnötig weh. Die Verodie sind in der Veranstaltion zur Männer voncie Schlenker. Die Veranstaltion der physique. Drei Störfer werden mit dem Auto unnötig weh. Drei Störfer werden mit dem Auto unnötige weh. Eins积st zu finden. Drei Störfer werden mit dem Auto unnötig weh. Die Veranstaltion der Bestie ist nicht weit. Gewalt werden mit Auto unnötig weh. Le Mans, das ist Rennen und zugleich Volksfest. In der Abenddämmerung beginnen sich die Karussells zu drehen. Aber in der Porsche Box dreht sich alles um das Rennen. Auch für Graf Gregorio Rossi und seine Freude. Mit der Nacht kommt etwas Gespenstisches über Le Mans. Für die Fahrer ist die Nachtschicht doppelt anstrengend. Zum Glück regnet es nicht. Das unverminderte Tempo im Dunkeln ist faszinierend. Und für manche ermüdend. Mit zunehmender Renndauer häufen sich die kleinen Ausrutscher. Besonders im Morgengrauen muss man auf der Hut sein. Die Martini-Porscher sind noch gut in Form. Stommelen-Schurke sind Dritte. X und Van Lennep führen das Rennen immer noch an. Lichtensteins Ski-Weltmeisterin Hanni Wenzel putzt den Helm ihres Landsmannes Schurty. Der liegt inzwischen auf der Massagebank. Denn Rennen heute, das ist Hochleistungssport. Sonntags um elf wird es plötzlich dramatisch für Porsche. Auspuffbruch am führenden 936, mangelnder Benzindruck am jetzt viertplassierten 935. Dazu, nach Plankenberührung, ein zerfetzter Kotflügel. Ergeben sitzt Jackie X die Reparaturzeit im Cockpit ab. 34 Minuten. Fieberhafter Einsatz und natürlich große Ungeduld im Porsche-Team. Und die Konkurrenz holt Runde um Runde auf. Endlich gehen beide Wagen wieder ins Rennen. Und trotz Boxenhalt führt der Martini-Porsche von X von Lennep immer noch. Jetzt um 16 Uhr kommen sie endlich ins Ziel. Als erste X von Lennep vor dem tapferen Mirage Stommel in Schurty als Vierte. Graf Rossi gratuliert Porsche-Chef Fuhrmann. Die tüchtigen Porsche-Mechaniker mit ihrem Siegerwagen. Wenn der Champagner spritzt, ist jede Müdigkeit verflogen. Für Porsche ist es der dritte Gesamtsieg in Le Mans. Er kämpft durch Jackie X und Geiss van Lennep. Gischt von sofort an die Spitze. Dicht dahinter will die Krausen und der BRM von Hauden-Gain.